Gut, wir sind immer noch hier unten am Fluss in diesem, ja wie man es nennen, in diesem Raum. Wir haben das Zimmer komplett durchsucht. Ich wüsste momentan nicht, wie wir hier das Ding aufkriegen. Äh, das Ding wird da nicht, oder? Ne. Ne, wir haben ja alles schon probiert. Der Schlüssel war für das Zimmer. Ja, wir gucken uns jetzt die Nachricht hier an. Wir müssen das jetzt übersetzen. Wir wissen nicht, welcher Buchstabe zu welchem Symbol gehört. Ich muss mal kurz hier unten gucken. Der Typ hieß Pierre Carchon. P, I, E, R, R, E. Also das könnte, ich weiß es nicht, wir müssen das mal gucken. So, einmal das hier und dieses Symbol ist hier. Okay, das hier wäre dann das I, weil hier auch ein Komma steht, deswegen. Ähm, das ist das hier, glaube ich. Okay, das müsste dann das I sein. Wo ist das Ding? Hier. Und das müsste dann das R sein. So, Pierre. Bla, bla, bla. Das könnte der sein. Oder? Mal gucken. D, das hier. Wo ist das? Der. Ja. Ähm. In oder im? Ähm. Da ist auch noch mal. Also eins von den beiden würde meiner Meinung nach M sein und das andere N. Was könnte das sein? I, ihr? I, ihr? Wir gucken erst mal hier. So, da, da, da. Ren, rem. Ich würde sagen, N ist das. Das hier. So. In. Und dann ist das ein M. Weil ist, kann es nicht sein. It auch nicht. if, 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 if. Das. Das kann nur M sein dann. Also, wohlgemerkt, das ist richtig, dass, das eben hier N war. So, das hier wäre dann, das hier. So. Achso. Das. Nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Achso, das habe ich jetzt wieder weg gemacht. Pier, bla, 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 bla. Das müsste dann sein, oder? Nur. Machen wir mal da so hin. Machen. Nur. Und. Dann stimmt das hier schon mal nicht. Also wäre das hier das D. Oder uns. Uns. N. Sie. Alter. Später. Wann mal hier hatte ich das. Wo war denn das D? Das hier. Da. Und das ist dann das S. U. Dieses komische U hier. Uns. Sie. Im. Was ist das? Bei. Eurem? Nee. Ei. Ich weiß es nicht. Das könnte dann ein B sein. Beim. Probieren wir es mal aus. B. Bericht. Der Bericht. Das hier das C. H ist das hier. H ist das hier. Wo ist das? Hier. Und T wäre dann das hier. So. Pierre. Blablabla. Bericht. Jetzt. Jetzt. J. Ist dann das hier. Und Z. Ist das hier. Ja. Jetzt. Nur. Tod. Tod vielleicht. Probieren wir es mal mit Tod. Ähm. Tod. Aber ich glaube das mit dem S stimmt nicht. Bericht. Äh. Jetzt. Nur. Offenbar. F. Offenbar. Das muss ein S sein hier. Dann stimmt das hier nicht mit dem S. machen wir mal mit dem S. Machen wir mal das S weg. Machen das hier mal zum S. ist Pierre. Der Bericht später jetzt nur Arno und und wo haben wir das? D denn? Da ist ein D. Was war das? Das war das hier. Und ich glaube eher das dann. Und Ramada aber haben wir doch schon. Sind tot. Das ist kein K. Kein Zufall. L. Offenbar sind alle in Gefahr. Das ist ein V. Vollständiger müsste das dann sein. Pierre. Vollständiger übrig später jetzt nur so viel Arno und Quamada, Wamada, Xamada, Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. also das ist ein W. sei extrem vorsichtig X. Also kann nur noch Q oder Y sein. Q ist es nicht. Dann ist es Y. Mann. Ich habe die Notiz entzählt. Sie lautet Pierre. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ich bin nicht die Einzige, die den Zusammenhang zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte Recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste. Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershans ruft zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und los tippen. Alter Schwede, wir haben über 10 Minuten jetzt für das Rätsel gebraucht. Bonsoir, Colard? Nico? Ich bin's. Ronny. Hallo Ronny. Na schon von denen Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich's nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor zwei Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. Zwei Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Cachon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen? Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Cachon. Woher wissen Sie? Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach, wirklich? Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chondelle Verde. Rue Alain Corp. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8 Uhr. Ich erwarte Sie. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder... Das Ganze vergessen. Ich weiß keine Antwort darauf. So, das war glaube ich der erste Teil der Geschichte. Ich bin erst eine Woche in Paris. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café. La Chondelle Verde. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbertscharm, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich habe. Robert kennengelernt. Das ist der 2. So, also wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt schon George Stobberts kennengelernt. Das ist er hier. Genau der da. Und er ist der 2. Hauptprotagonist neben Nico Collar. Und ich würde sagen, für heute war es das. Und wir machen dann morgen... Morgen, nee, übermorgen. Ah, ich vergesse das immer wieder. Morgen kommt auch WoW raus. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.